Auch Superzombies oder so oder Zombies in der Sau? Sau weak oder was? Richtige Endgegner. Einzelne Zombies sind richtig weak, aber je mehr Zombies das werden, desto schlimmer wir ganz werden. So. Dann gibt's noch Wölfe. Keine Ahnung, ja. Dann möglichen andere Tiere. Wird das nicht irgendwann langweilig, Alter? Hast du kein Ziel, Mann? Das ist aber auch nur für spezielle Typen von Spielern. Oh, der sitzt ja direkt vor mir. Ich finde nur, der Sie schafft das, so wie Pilz vorhin gesagt hat, von 0 auf 180 in 2 Sekunden. Einmal sind 3 Spieler vor dir. Jo, und du musst richtig schalten. Stream, ja. Weil die verkaufen's ja immer noch SB dann, ne? Hier hinter der Halle? Der zweite ist auch low, der zweite ist auch low hinter dem zweiten Block. Moment, da ist da ne Nate runter. Nate, komm. Die ist tot, Alter. Wenn du 20 Euro kaufst und mal 3 Stunden oder 4 Stunden spielst, kannst du es immer noch am nächsten Tag zurückgeben. Boah, wie der von der Nate weggerannt ist, Alter. Oh, das andere Team seh ich schon. Oh mein Gott, ich krieg von 100 Seiten, Alter. Ich muss hier runter rennen. Oh, der hat mich genockt, Mann. Nein, Alter. Scheiße. Das hat sich aber bei ihm auch connected eigentlich. Aber wo hat denn der gepiekt? Ganz hinten am anderen 2 Hallen. Jetzt pusht der. Psch, psch, psch. Psch, psch. Psch, psch. 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 Drauf. Der drückt mir in Headshot. Hast du das gesehen, Alter? Hm, mir auch. Hast du Schuhe an? Du hast Schuhe an, ne? Warum das? Ich hab immer Schuhe an. Das ist ein Nachteil, wenn es nur ein kleiner ist. Links am grünen LKW. Knocked. Ich hab die ganze Zeit Paranoia nach hinten, Alter. Und über die... Er crossed die Brücke, ja. Dude, wir kriegen gleich von hinten, ey. Safe Call. Versuch aufzupassen, aber C-HB nicht. Nice. Alter, ich hab dem anderen so einen geilen Running Headshot gegeben, Mann. Oh, shit. Ja, genau darauf hab ich gewartet. Jetzt hat er mir einen Running Headshot gegeben. Ich bin safe. Er hat vom Berg umgeschossen. Das war der... Das hab ich schwimmt, der fucker, Alter. Der Wakedowns gegangen ist. Ich bin selber still. Was? Ja, GG, Alter. Hier prallt einfach irgendwas random ab. Was? Den kriegst du? Was? Bro, der hat von mir 20 Hits bekommen. Der war aber ganz woanders, wo ich gedacht habe. Der hatte umlaufen unterhalb. War eigentlich ein gutes Play. Kann doch nicht schießen, der Typ. Fuck, Alter. Ich brauch Loot, ey. Wir werden die ganze Zeit geballert, Mann. Von allen, weißt? Was? Ja, ich schmeiß da auf Smokes hier rum. Das wundert mich nicht. Lass es mal weg hier. Das ist kacke, Alter. Ja. Ich hab einen Boost noch, Alter. Komm her zu mir. Danke. Hast du First Edgits? Fünf, ja. Gut. Da läuft einer durchs Wasser, Alter. Also auch kein Headshot, schade. Einer noch. Einer noch. Ne, doch nicht. Boah, der hat echt Glück gehabt, der Typ, ey. Wo? In dem kleinen Haus und in dem anderen Haus noch. Der ist tot. Der im linken Haus, im hohen Haus war einer. Ich weiß nicht, ob der noch drin ist. Ist ja eh raus. Von wo kriege ich jetzt, Alter? Aus dem selben Haus, oder? Der im hohen Haus ist genockt. Ja, mach dich mal weg, Alter. Du bist nicht weg da. Du bist nur in der Zone. Sind nur noch sieben... Sechs Leute nur noch. Oben im Haus steppt. Der hat den wieder geholt. Game the up. Ja, hinterm Haus. Der ist low. Ah, oben im Fenster noch. Ja, da kann ich jetzt echt nichts mehr machen für dich. Ne, fast schon. Ich muss voll zu denen laufen, Alter. Ja, hinter dem Wohleste. Ja, geh, geh, ey. Wir kommen zum Beispiel mal. Wir kommen zum Beispiel durch den matin. Wir kommen zum Beispiel auf dem Punkt. Und wir kommen zum Beispiel bei dem wires. Der ist hier und die Kuhn-Block. Ja, da sind wir mit zwei Kuhn-Block. Der ist hier, in der dritten Hase. Es ist hier. Wie geht es Kuhn-Block. Tschüs? Ja. Wie geht es auf? Was? Ja, er verzögert. Die haben doch hellsichtige Fähigkeiten, Alter. Er sprintet, ich schieße und zack, er verlässt den Sprint. Die haben doch echt hellsichtige Fähigkeiten, Leute. Kill einfach, Alter, bis sie sich alle killen. Ist ja voll im Nachteil, sonst. Die tinsel ich ja gerade, Alter. Deswegen bin ich ja im Vorteil, eigentlich. Der weg. Einer noch. Ist der unterhalb wahrscheinlich. Mit dem 1er Helm wahrscheinlich der. Der steht doch da am Baum, oder? Ja, ja. Zwei gespielt, zwei gewonnen. GG, nice. Der Neopold, ja servus. Ja, gräß dich. Ja, gräß dich. Bis zum nächsten Mal.